Ich hab's Wasser grad nicht geholfen, okay Mann, was ist so dunkel Hey, durchs Rennen bin ich Level gestiegen Immer noch verdammte scheiße dunkel Ja, brauch mal einen Flint für eine Fackel Weiß ich auch nicht, warum Ach ja, zum Anzünden Schön, interessiert mich aber nicht Ähm... Unsere Hütte wirklich kaputt gemacht Hat er komplett kaputt gemacht? Nee, steht nur eine Foundation Okay Ähm... Halt-Sleeping-Bag Okay, wahrscheinlich muss man das mal ein Sleeping-Bag bauen Ach ne, das kostet acht, Scheiß Dann spare ich noch drauf kurz Weil... Sleeping-Bag hab ich grad gelernt Ja, irgendwo in Back hab ich noch genug Leder Oder... Müsstest du grad mitgenommen haben, ne? Deins hab ich nicht aufgenommen Wieso nicht? Äh... Weil ich nur meine Leiche gefunden habe Und meine andere Leiche Naja... War eigentlich ganz in der Nähe Aber naja... Ach ne... Der hat mich wahrscheinlich zerfleischt Ja Dann ist jetzt alles weg, was da drin war Weil wenn... Äh... Gäbe ich mir da das Fleisch raus Ähm... Oh, hier ist noch zweimal Warmeet drin und Sharkol und sowas Das Schlucht? Oder wo ist das? Nee, nee, vorne direkt am Ding Am Haus? Ja, am Haus Ja, das ist da wo der... Da ist... War für mich getöteter den Ja, aber sind mal Sachen Hast du auf jeden Fall Fleischt noch noch? Ja, ne, ich glaub der hat dann vielleicht zerfleischt Und dadurch ist das andere weg Jetzt alles Das kann sein Na gut Aber wie viel Leder Brauchen wir denn für den Sleeping-Bag? Ähm... 25 und Fiber 15 Na so mies Komm, kocht das Futter Ich hab Hunger Oh, nice Oh, ich muss das mal pflücken grad machen Ach so, ich glaub Ich muss die Zauber-Einstellung nochmal ändern später Warum? Ähm... Wahrscheinlich sind das... Man kann so seine Einstellung nicht ändern Das sind einfach die Zauber-Einstellungen hier grad Weil bei mir hat sich eigentlich nichts verändert Okay Deswegen Deswegen Bitte eigentlich noch Fleisch? Äh... Soll ich das eben mitbraten? Ja Ja Ja, sinnvoll, ne? Ja, ist das auch Sinnvoll Ähm... Da ist das auseinandergenommen der Arsch Nö Die werden hier liegen Jetzt hast du die rausgeworfen Boah, ist das schwer Ja Alter Schwede Kann mich gerade so noch bewegen Hm... Ach man, das nervt manchmal Hm... Ja, warum ist hier eine Säule drinnen? Ja... Weil das auch reinkommt da Ja, warum das denn? Weil wenn das Feuer nicht an ist, dann verkammelt das Achso, deswegen... Achso, das meinst du ja Ach komm, ich schmeiß alles hier rein Ja, weißt du wo der jetzt ist? Was? Das hessige Vieh ist da hinten am Wasser Oder? Ja, ja Ne, das ist ein anderer glaube ich, oder? Das ist ein anderer Das ist mal heute hier Und es wird gerade der Tag Ich werd mal gucken Hol ich vielleicht mal eine andere Leiche nicht krieg Ja, und ich geh mal wieder da Ich geh mal wieder zum Fischen Das ist eigentlich ganz gut da Wenn die nicht zerfleischt wurde Das kannst du natürlich haben Komm, Hai Eigentlich bin ich nur abgesotten, mehr nicht Pickaxe wieder heile machen, komm schon Oh, tötte die Nö Warum? Ich hab grad eh nix Kein Weckzeug oder so Achso, du bist zum Meerlack gelaufen, ne? Warte mal, ist irgendwo wieder Toll, ist die denn? Ach ja, Fiber Toll Er ist Sedge, mein ich Wie kann man denn seinen Wasserbeutel auffüllen? Stellt sich ans Wasser ran Also ins Wasser rein Dass du stehen kannst und dann einfach nur Auffüllen Wenn nur unten im Inventar ist, ne? Okay Ich dachte, du weißt das alles Nö, das hab ich nicht gemacht Da hau ich mich nicht kümmert Ich hab immer nur Einstellungen gekümmert Oh, Spitzhacke Toll, der nächste Speer kaputt, ey Die Dinger halten noch nix aus Was hast du auch gehört, ne? Oh, 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 oh Hast du dich auch gehört, ne? Du hast also auch gehört, ne? Ich musste nur niesen, Centos Ich habe es gehört, ja. Die Frage ist, ähm, wo ist es? Vielleicht war das eben auch nur der Dodo, der Angst hatte. Ne, der ist schon tot. Da war noch ein anderer Dodo. Achso, ja, das kann sein. Ja, jetzt machen wir eine Angst. Ah, hi Dodo. Ja, ne? Ja, mein Checkpoint. Und, soweit ich weiß, wachsen die Bäume alle nach. Das ist gut. Wenn das so stimmt. Gut. Na gut, dann mache ich mal. Jetzt zwei Sperre. Äh, jetzt mal. Added one spear. Weil man schon die umgefallen hat. Ich schaue mal, ob ich meine andere Leiche finde jetzt. Also, ich weiß, wo die ist, aber ob ich da hinkomme, das ist die Frage. Ja, das ist die Frage immer. Ob ich nicht darüber spielen muss, echt. Ja, da steht ja aber, wie die heißen, ne? Und der mit dieser komische Kampffrisur da, nach hinten, mit der tolle nach hinten gelockt. Ach, weiß ich doch. Ich dachte da nicht drauf. Einfach killen. Die rennen nämlich auch nur weg. Die geben so viel Leder und so viel Fleisch. Ja, können wir eigentlich mal einen erledigen, damit wir ein bisschen Ausrüstung bekommen. Ich kann das auch alleine machen. Okay. Ich kann das auch alleine. Das ist Level 10. Sterb, sterb, komm, sterb. Und dann sagst du, die rennen einfach so weg? Ja, rennen die auch. Du musst einfach so schnell wie möglich die attackieren. Achso, sonst sind sie weg. Aber erstmal den Keuer erledigen hier. Zack. Ja, vor allem die sind so blöd. Die rennen gegen Steine gegen. Und dann kriegst du die auch so gekillt. Hehehehe. Du bist tot. Boah, sieben Leder. Was geht denn mit den Bäumen ab? Worum wackeln die so schnell? Ab und zu ist das. Jeder hat das eigentlich. Keine Ahnung warum. Aber immer nur ein bestimmter Blickwinkel. Ah, hab ich nämlich gerade auch hier. Immer nur ein bestimmter Blickwinkel. Ich hätt genug Fleisch mit mir, weil ich Idiot. Warte mal, kann ich denn Feuer machen? Ja, alles klar. Dann mach ich mir gerade mal selbst gleich. Ähm, ja. Pups, ich sollte mal nicht auf das Repair. Okay, du kannst das Lager vorher reparieren. Cool. Ich hab da eben auf den drauf geschlagen, deswegen. Okay, dann kommen wir noch ein bisschen Holz. Weil wenn du gedrückt hättest, kannst du auch irgendwie fair machen. Das ist wahrscheinlich dann auch ganz... Hau doch ab, ihr beiden kleinen Stinker. Ähm... Double Dino Time. Ein Dino Down, ein Dino Down. Zweiter Dino Down, feine Sache. Okay, ich muss danach zurück. Okay, Fleisch, die Bär. Aber ich muss unbedingt ganz viel essen. Ich hab schon wieder Ei gemacht. Das ist gleich, das finde ich gut was, ne? Oh mein Gott. Ach ja. Hast du den Einsperr, den ich geworfen? Oh nein, da ist wieder so ein Rennen-Saur... Der... Der Tötungs-Saurier von uns. Ja? Ja, der Mini-Team-Hack, sag ich jetzt einfach. Ich hab den Arme-Maus schon wieder vergessen. Koron oder Karon. Auch mit deinem Gift zu spritzen. Naja. Dann warte ich mal noch ein bisschen, bis das Fleisch fertig ist. Dann ernte ich hier mal ein bisschen. Ich hab auch noch mal Beeren zum Essen, hab dann auch. Nein, ich tu. Esst mal grad auch alle Beeren, ich hab. Boah, ich hab 16 Fleisch. Ich muss nur ein bisschen Holz gleich mitnehmen. Alles gut, mein Freund. Wir holen uns gleich mal zu Hause auf. Ach, ich... Wie gesagt, durch Fleisch. Oh, da will ich... Hier ist ganz gut. Uff, ein Speed. Storage Boxes? Teuer. Storage Boxes, ne? Ja, ich lehre mal Storage Boxes. Was soll ich denn noch machen? Door Frame... Foundations hast du gelernt, ne? Muss ich, soll ich die auch lernen? Sleeping Packs? Ja, dann kannst du dir nämlich Selbstbetten machen. Sagen, besser. Ja, was jetzt mit Foundations muss ich noch lernen, oder willst du die machen? Foundation hab ich auch schon gelernt. Okay. Aber keine Wood Foundation, ne? Ne, ne. Das ist normale Foundation. Ja. Wir lernen erstmal so weit die Sachen. Alter, der ist hier vorne. Ja. Lauf, flashy, lauf. Er hat mich nicht gesehen, hat mich nicht gesehen. Ich bin unter Wasser. Aufpassen, wir in den Hain, ne? Ach, ich bin in dem kleinen Fluss untergetaucht. Total dumm war, aber ich konnte eben kurz mal mit abhauen. Ach so, der war nicht bei uns im Lager, oder wie? Ne, ne. So, schnell bei dem dicken Dino vorbei. Alter, Bruntosaurus, der auch hier rumzustapfen. So, rolle, wie weit ich um den Kreis laufen muss, um da hinzukommen. Storage ist Box, was bräuchte denn dafür? Bräuchte ich Holz und Färtscht. Okay, Sleeping Bag, das wär gut. Crafting Item. Bist du grad hier? Ich hab grad gefühlt, nur. Machen wir mal noch zwei Sperre mehr. Man kann nie genug von hier. Er ist bei uns in der Nähe vom Lager, ich kann ihn sehen. Ja. Ich hab einen dicken Haufen AA gemacht. Eee, wer du? Ja. Er ist wirklich groß, der Haufen. Dann war das ein Dino. Nein, der war genau unter mir, der AA-Platz. Ja. Sagen sie alle. Und da haben sie selbst nicht hingeschissen. Ja. Dann wollen sie sich nur den Rumpf von den Riesen, die noch einhalten sind. Nee, nee, das ist meine AA eindeutig. Ich hätte Angst, Schiss. Na du. So, wo lege ich jetzt mein Sleeping Bag hin? Den könnte ich eigentlich hinten am Sch... Der, der ans Haus stellen, ist ein bisschen blöd, ne? Was? Das, äh, Sleeping Bag. Also sag mal, kann ich jetzt diese komischen Nilpferde angreifen? Ja, die rennen ja nur weg. Okay. Hat doch grad schon gesagt. Dann? Die sind nur ganz schön flink. Das ist das einzige Problem, dass sie so flink sind. Ja, hab ich gemerkt. Ich hoffe mal, dass meine Leiche hier noch echt rumnimmt. Ja, er war relativ schnell weg. Ja, ja, ich sag's. Aber meistens auf dem Fersen bleiben. Weil sie manchmal so blöd sind. Und irgendwo hängen bleiben. Ja. Alter, hör doch mal auf AA zu machen. Was ist mit dir denn falsch, ey? Achso, ich brauche Wood. Toll. Okay. Dass die Speere so teuer sind, ne? Naja, es geht. Ja, wenn du ein paar brauchst, ich sag mal, wenn du so ein etwas größer in die noch jagen willst. Ja. Okay, ich glaub. So, ich hab gleich, wir haben gleich anderthalb Minuten, nach anderthalb Stunden. Das haben wir ein bisschen. Das ist ein Cut machen oder sowas. Hm, gleich. Ja, ich bin heavy, ich weiß. Ich laufe schon zurück zum Haus. Der Hai. Boah, ich hab schon wieder geschießen. Hab schon wieder AA gemacht. Aber bist du stolz jetzt auf mich? Genau. Ich glaub, das wird man gleich recht zerrissen. Ich muss ja nicht, wo sonst die Leiche sein sollte. Da eben. Ich hab schon wahr. Was ist die Frage, mach ich jetzt hier? Warte mal, ich mach mal erstmal eine Stowagebox, das ist wichtiger. Ja, ja. Crafting, Stowagebox, Crafting. Na gut. So, jetzt mach ich mir noch ein paar Speere. Für den Notfall. Hm. Wie kann ich das noch machen? Das kann man bestimmt mehr, weil es die Craft nur nicht. Was? Mehr als nur ein Speer. Immer draufklicken. Okay, jetzt macht das alles klar. Stowagebox. 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 Ist Nummer 8. Dann warum kann ich hier nichts draufstellen? You can't place on the storage. Warum? Hier ist doch auch einer die Bekloppen. Lol. War so ja nicht normal, aber da müsstest du was draufsetzen können. Warte mal. Ich kann daneben. Ich kann daneben, ja. Dann tue ich jetzt neben dem Lagerfeuer, oder was? Nee. Gar nicht drin. Bei mir. Was? Nein. Ja, dann. Ja, warte mir vielleicht mal ganz kurz. Ich weiß auch nicht, warum du schwer draußen bist. Keine Ahnung. Ach nee, du hattest dir einen neuen Charakter gemacht, ne? Ja, aber mit dem bin ich da auf der reingekommen. Ja. Hm. Wie viel essen muss ich euch? Erstmal? Das ist nur etwas, was ich da bin. Naja, ist okay. Aber das Lagerfeuer kann ich ja benutzen. Das ist ja komisch. Ja, weil Lagerfeuer glaube ich auch egal ist. Hm. Also jetzt sind hier ist noch viermal Fleisch drin. Okay. Ja, ich habe einen weiten Rückweg. So, ich kann das... Feuer so. Ja, meine Leiche ist dann ja eigentlich so. Oder das du nehmst. Weiß ich nicht. Du weiten. Ja, guck mal, mein Schlafwert mache ich auf jeden Fall hier hin, dann habe ich den... Alter, der Dino, der zerstampft mich noch. Ach ja. Rename, Demolition, Pickup, Fast-to-Turveldrop-Items, okay. Okay. Cancel. Aha. Ich kann hier nicht stehen bleiben, das ist... Das ist useless. Hm. Ich hoffe mal, das Kandino nervt. Ich kümmere dich einfach ans andere Ufer. Hoffentlich lassen mich die Haie in Ruhe. Haie, 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 haie. Und tot. Na ja, ich kümmere mich eigentlich ganz gut ans Ufer eben ran. Ich bin nicht komm. Haie, er hat mich ans Ufer gekickt, der Arsch. Haie, haie, haie. So, jetzt kann man auch die. Dann bin ich nämlich schneller jetzt wieder zurück. So. Kann man nicht mehr wirklich rennen gerade. Ich hab zu viel bei mir. Ich tu ein bisschen Fiber hier noch rein. Ja, das muss ich jetzt mal. Konsumieren. Ich will mich aber noch ein bisschen bewegen können. Ah. Sie sollte immer nichts mehr einsammeln. So, ich geh mal wieder auf Jagd. Ich kann noch nicht mal mehr springen, weil meine Metapher ist. Wie viele Kisten hast du gemacht? Eine. Eine? Ja. Bisschen wenig, ne? Ja, warte, ich seh dich ja. Jetzt können wir schnell in die Gruppe einladen. Ich hab jetzt auch gemacht, Kisten erlernen. Was machst du? Nein. Jetzt. Okay. Knie ich bei dir? Nein, ich bin nur so klein, ne? Du so klein, ne? Okay. Äh, ein bisschen Fleisch ist noch im Feuer. Also ein bisschen Fleisch ist noch drin, ne? So langsam. Ja, kommst du noch dran. Ich hab glaube ich noch zehn Minuten oder so. Ah, jetzt gibt's auch wieder DEP. Doppel DEP. Was machst du gerade? Sammeln. Oh, ich merk's. Fiber und sowas. Steine. Einfach mal ein bisschen graben beim Gehen. Ich hab's gesehen, ne? Warte mal, kann ich mir denn eigentlich schon Kisten bauen? Nein, natürlich nicht. Natürlich wird das. Fick dich doch. Ja, guck mal in der Kiste. Na, ist egal. Ich mach Foundation noch eine. Dann hab ich jetzt ein bisschen mehr Platz. Dann kann man mich ein bisschen mehr bewegen. Ah, stimmt auch. Obwohl nicht wirklich. Hat sich nicht viel geändert. Danke. Die Steine sind meistens die schwersten. Hallo Dodo, möchtest du nicht mit mir befreundet sein und sterben? Danke. Ja, die Steine sind meistens eh die schwersten, aber so viel hab ich davon gar nicht dabei. Ah, und deswegen? Naja, das Metall erzieht fünf. Davon hab ich fünf Stück dabei. Oh. Natürlich klar, dass es ein bisschen schwer ist dann. Okay, ich hab einfach mal Steine beiseite geworfen. Und schneller bin ich jetzt schon. Oh, hier sind ein paar Dodo's. Hallo Dodo's. Hallo Dodo's. Aber hier geblieben. Hallo Dodo ist das immer voll gemein, wo man lacht, was hier dann für Viecher in der Gegend sind. Ah, ich weiß. Loll, ein Dodo Level 17. Ich will doch sterben. Ja, die Kiste, da ist echt Dinger da. Alter, der meint den Vitamia voll. Ach ja, kann man drauf rumkloppen. Die Kiste hat jetzt nen Namen. Flash ist dumm oder so. Müsst ihr sehen. Okay. Und Fiber braucht man dafür auch ne Menge Money. Wie viel Gewicht hab ich noch? Oh mein Gott. Kann man sich irgendwo sehen, wie viel Gewicht man bei sich hat? Ja. Wenn du in deine Oventar reingehst. Ah, da 377, okay, da unten. Ist klar. Lass mal die Beeren wegflossen hier. Acht Minuten hab ich noch, okay. Das ist so nicht, wenn du pro Fleisch nochmal, wenn du neues Fleisch bekommst, dass ich das irgendwie um 30 Sekunden erhöhe. Das wäre ja ein bisschen geiler. Wenn du schon so viel im Inventar hast. Hast du ein bisschen in die Kiste rein? Viel. Das zeigt aber gar nicht an, das Gewicht. Dafür passt einfach Knuch rein. Irgendwie ja. Oder hast du alles schon belegt? Hier ist denn alles, was... Nee. Noch nicht mehr. Alter. Alter, das ist geil. Regen und Sonne. Ich feier das etwas. Ach, du hättest es nicht dadurch schon, könnte jetzt auch einfach außen rumlaufen können. Ja, das ist viel... Weißt du, wie weit das ist? Ja, ich hab's gesehen, ich seh's gerade. Kannst ja außen rumlaufen. Ich bin jetzt zu Anfang außen rumgelaufen. Dem bin ich danach geschwommen, weil ich keinen Bock mehr hatte, um es zu laufen. Bock mehr zu laufen. Ja. Ich hab gerade mal das rastliche Fleisch rausgenommen, aber wieder ein neues reingetan. Ja, klar. Ich hab ja extra für dich trinken gelassen. Ich wusste ja nicht, ob du Hunger hattest oder so. Ja. Ich brauch gerade richtig essen. Ich hab auch schon alles aufgebraucht. Na gut, ich schmeiß rein und isst dann. Ich hab jetzt noch sieben Stück bei mir, von daher. Alles gut. So, dann sammeln wir noch mal ein bisschen. Du hast eigentlich Erfahrung gerade? Nö, zeig mir nichts an. Okay, dann muss man nah genug dran sein, dass man auch Erfahrung kriegt. Oder einen gewissen Umkreis haben. Ja, wie gesagt, nah genug dran sein. Hampelmann. Nö. Doch, du Hampelmann. Hight. Ich will so'n Dino mit Leder mal killen. Wie viel Platz hab' ich noch im Moment da? Oh, shit, shit, shit. Nicht drauf geachtet. 91. Da steht ein Dino, aber das war ein Fates. Ich sollte mal zurückgehen. Ah, da Dino. Dich wollte ich doch gerade haben, mein Freund. Ihr beide müssen mal... Nein, 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 nein. Du willst nicht weglaufen. Nein, 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 nein. Ja. Guck mal her, mein Freund. Wir beide müssen uns unterhalten. Hallo. Du und ich haben ein Gespräch zu führen. Genau, lauf du mal in den Stein rein, dann töte ich dich jetzt. Okay, die ist kaputt. Verrehe ich die jetzt erstmal. Toll. So. Und Fleisch gibt der, wow. Okay, ich komm. Ich komm jetzt erstmal zurück. Oh, zu wenig Holz. Wie viel Holz braucht man? 25. Ich habe bei mir ein Holz 113. Hm. Kannst ja Boxen machen. Ja, ich mach noch 1-2 Boxen auf jeden Fall. Ich hab auch schon eine gekauft in dem. Ich hab ja zu wenig Holz, sonst hätt ich mehr gemacht. Bei Sedge und Fiber hab ich genug gehört. Bei Sedge kriegst du richtig viel, wenn du mit der Spitzsacke auf Holz haust. Ich sag mal so, wenn die Bäume jetzt so gekrümmt sind, dann finde ich das okay. Dann ist das so eine Windanimation, wenn es regnet und so was. Aber sonst, wenn die so wirklich so wackeln, ist das ein bisschen blöd. Ja, der Regen bewegt sich aber bei Wind nicht. Du bist so tired, okay. Oh. Da ist sie kaputt gegangen. Und da hab ich AA gemacht. Okay. Ich mag das. Neues Level. Seht was, wie war das? Wir wollen um eine Stunde aufhören. Jetzt hab ich vorher gesagt, wir machen um anderthalb. Jetzt sind wir schon drüber. Ja. Ist doch normal. Ja. Aber wenn man das berechnet mit dem Wegschneiden. Ja. Ähm, ja. Crafting Speed, okay. Das kannst du auch erhöhen. Aber braucht man das? Ja, später. Später, klar. Hör mal mein Gewicht, dass ich ein bisschen was mehr tragen kann. Okay, so, jetzt mach ich dich richtig fett. Ah, und ich hab Übergewicht. Weil ich ein fetter Junge bin. Das ist doch immer schön gewesen. Yeah. Aber ist, das ist schon Hard Survival. Das ist schon Heavy. Ja. Ist es auch. Ich würde mal gerne so ein Skorpion finden, oder so. Hm. Da steht deinem Lagerfeuer. Ich seh ihn. Bau mal da. Du kannst. Ich darf einen Sack abbauen. Dass es nicht kaputt geht. Mach mal bitte. Dann gib mir mal. Weil dann baue ich ein richtiges. Weil sonst ist das nur Verschwendung. Oder kann ich das jetzt verbauen? Das richtige Bett. Warte mal. Kann ich auch so machen. Ich hoffe. 40 Leder. 80 Sedge. Hast du noch alles? Ähm. Ja. Leder. Leder haben wir 6. Schön. Ja, ich komm ja gerade. Ich komm angekrochen. Ich kann nicht schnell laufen. Sedge ist auch zu wenig da. Ich komm.